Der Spätenhof in Kranenburg. Als Milchviehbetrieb gehören wir eher zu den kleineren. Doch genau darin besteht auch unsere Größe. Mit gerade einmal 70 Kühen reagieren wir flexibel auf regionale Bedürfnisse. Dass das nicht nur wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern auch die nachhaltige und vor allem tierfreundliche Landwirtschaft auf dem Spätenhof fördert, sieht man unseren Kühen an. Sie genießen zufrieden ein Prinzip der Freiwilligkeit. Sie bestimmen selbst, wann sie auf die Weide und wann sie fressen wollen. Und dank unseres hochmodernen Melkroboters bestimmen sie auch ihre Melkzeiten. Ein naturnahes, stressfreies Kuhleben. Und da wir den Großteil unseres Futters selber anbauen, wissen wir auch immer, was die Tiere fressen. Nur das Beste. Die Veredelung der Milch erfolgt dann in der hofeigenen Molkerei. Milch, Pfla, Butter, Quark. Alles wird tagesfrisch und nach strengen EU-Richtlinien produziert. Kein Wunder also, dass uns viele Kunden gerne persönlich besuchen. Dankeschön. In der Region hat Spätenhof-Qualität eben einen guten Namen. Ob im Bauernladen, das Regal im Supermarkt oder der Privathaushalt. Von der Wiese bis an die Haustür. Nach diesem Motto beliefern wir nun schon seit über 25 Jahren unsere zufriedenen Kunden. Spätenhof, der Familienbetrieb für eine zufriedene und gesunde Region.